Willkommen zurück, Leute. Part Nummer 13. Jetzt geht's nach Ultron. Und ich glaub, man hört ihn. Oder was anderes Fieses. Da kann ich auch nicht her. Hier gibt's sehr viel Backtracking anscheinend. Aber ich glaub, hier kommt man nie wieder vorbei so. Durch eine Quest, oder? Sondern hier musst du ja effektiv selber da nochmal immer wieder hinlaufen. Kann ich die einfach nicht packen? Nee. Zitter alle, ey. Weg euch. Die kann ich mich auch ehrlicherweise gar nicht ändern, dass sie im Game waren. Oh, nee. Was ein Prank. Ja, das ist halt, wenn man dann zu eilig daher will. Ich habe gedrückt. Ich schwöre. Ich habe gedrückt. Nee, 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 nee. Ich gehe da nicht zur Wand, wo ihr dann wieder explodieren könnt. Hier ist wieder eine Position vom Vulgeln. So. Wir haben 5000 Seelen. Entweder wir holen uns den Shredder. Was wahrscheinlich dafür sorgt, dass ich deutlich häufiger auch die Fähigkeiten aktivieren kann. Oder aber... Er nutzt Todsense. Man bekommt mehr Seelen durch Todsensee. Okay. Auch interessant. Oder wir leveln das Ding auf. Fühle ich aber am wenigsten. Also, ehrlicherweise... ...würde ich erstmal auf den Shredder jetzt gehen. Du bist so weise, wie du mächtig. Sei gegrüßt. Wenn das Ding... ...mehr... ...Zornenergie wieder aufflädt... ...kann ich häufiger Fähigkeiten einsetzen. Und das bringt mir, glaube ich, erstmal mehr als eine Sense, die mir potenziell ein bisschen mehr... ...naja... ...Sälen gibt. Da ist ein Hammer. Ich will ein Hammer. Na komm schon! Worauf wartest du? Wenn du diese Hände jemals wieder benutzen möchtest... ...dann solltest du nicht berühren, was dir nicht gehört. Ultan. Du kennst mich also. Aber ich kenne dich nicht. Und ich mag keine Fremden. Besonders keine Ungeladenen. Und wer du bist, ist vielleicht nicht so wichtig wie das, was du willst. Ich komme wegen des schwarzen Hammers. Tatsächlich? Nun, du darfst es gerne erneut versuchen. Aber danach solltest du dich hier besser nicht mehr von mir erwischen lassen. Du bist es. Was soll das jetzt? Der schwarze Hammer. Du bist es. Mach, was du willst. Aber lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten. Der dort im Dreck ist weitaus der einfachere von uns beiden. Okay. Gegen einen Erschaffer-Fighten. Da bin ich gerade im letzten Moment ausgewichelt. Du wirfst mit Glas nach Steinen, Junge. Man wollte es nur mehr Powerpost geben, oder was? Aber ich bin größer. Das Ding ist, ich habe schon gegen einen Bruder von dir gekämpft. Ein Nachfolger. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Aber ich bin größer. Ach so. Muss ich also... Muss ich so machen? Was zum Teufel war das? Das ist seit Jahrtausenden nicht mehr passiert. 100 Jahre. Seit Abaddon von uns genommen wurde, habe ich für diesen Moment gebetet. Für deine Verbrechen solltest du in der Weißen Stadt gerichtet werden. Aber bis diese Welt vom Zerstörer befreit ist, bleiben uns ihre Tore verschlossen. Gerechtigkeit kann nicht warten. Ich verurteile dich hier und jetzt! Deine Gerechtigkeit kann warten, bis wir unseren kleinen Disput beendet haben, Mädchen. Man mischt sich nicht in Auseinandersetzungen ein, die einem nichts angehen. Na los, flieg davon, Täubchen! Sonst rupfe ich euch! Blasphemie! Du bist es, der sich hier auf eine Seite schlägt. In einer Schlacht, die dich nichts angeht! Bitte! Erlaube mal! Das kommt dabei raus, wenn man berührt, was einem nicht gehört. Duck dich lieber! Okay. Lass die Fehler fliegen, erledigt ihn! Dein Ende ist nah! Führ das Licht! Wir werden nicht nachgeben! Ach ja, stimmt, man hat dir jetzt einen Wettstreit, ne? Wer killt wie viele? Bitte nie auf mich schießen, danke! Wir werden nicht nachgeben! Führt ihnen der Gerechtigkeit zu! Eine Kissen brauchen eine Füllung! Also jetzt hätte ich trotzdem gerne meine Chaos geschaltet, weil... Oh! Ah, das tut weh! Ah, sehr gut! Der hat mir vorbereitet! Okay! Das ist pure Angeber! Dafür habe ich ihm jetzt einen vorbereitet! Hier drüben, Fremder! Aber das geht noch weiter! Ich hoffe, dieser Alte weiß, wohin er geht! Wir sind wegen des Herzens der Quälerin hier! Erinnerst du dich? Kannst mich loslassen, Alter! Könnte! Äh... Wirst du mich? Oder... Oder... Dein Ende ist nah! Wir werden nicht nachgeben! Zählt nicht! Als ob! Ist nicht dein Ernst! Ich habe die alle gedamaged und er killt die alle! Okay! Alles klar! Okay! Ich wieder ausmaule! Okay! Das ist pure Angeberheit! Hau's ab, Täubchen! Das ist ein bisschen bitter, äh... Ja, verdammt nochmal! Ja, mach auf! Okay, da gibt's Leben! Wolle ich mir jetzt schon mal! Dein Ende ist nah! Nein! Warum killt der die alle? Für die Höllenwache! Wir werden nicht nachgeben! Dein Ende ist nah! Meine Kissen brauchen eine Füllung! Was? Sehr gut, den habe ich mir gegönnt. Dafür hat er den. Oh, das wird ganz schön knapp, ne? 3 zu 12. Wir drüben, Fremder! Also, ich... Ich glaube, man muss es nicht gewinnen, aber ich würde es gerne gewinnen. Wir werden nichts nachgeben! Oh! Schön, das Schwert durchgerammt. Ich werde dich auch gewinnen! Ich werde dich auch gewinnen! ein Spam! Oh, jetzt! Ja, scheiße, ob die Rüstung war! So, wenn man hier eh nicht mehr herkommt, muss man das gleich... Vielleicht das? Bringst du das Ding endlich in Bewegung? Ich werde dich auch responsieren! Nein! 확 Darf ich deine Waffe? Oder? Ah. Auch nochmal schön alles kaputt, Mann. Oh ja. Ist wieder Shooter-Time. Wir werden nicht nachgeben. Wir werden nicht nachgeben. Ja, ist okay, chill. Ich wollte gerade bei ihm einen Clown. Dein Ende ist nach. Wir werden nicht nachgeben. Ich lasse dich auch gewinnen. Wir werden nicht nachgeben. Das war ganz schön viel Damage. Ah, okay. Speichert bei 17.15. Äh... Achso, ich muss das Ding springen. Aber... Wie? Du musst erst mal bei mir aufmachen, oder? Ah, nee. Ich muss runter. Ah, das war ding dumm, ne? Ich war voll geheilt. Na gut. Komm schon, hilf uns hier mal! also mit damit. Hey! Ich verrufe. Tschüss. Beitrar. Na komm. Ja, ich weiß, wie es geht. Aus dem Weg! Ich lasse dich auch gewinnen. Führt ihn der Gerechtigkeit zu. Wir werden nicht nach ihm. Dein Ende ist nah. Herr Drücker, was? Ja, komm. Sorry, das Offline bringt irgendwie gar nichts, oder? Er geht nicht. Aber kannst du mal sterben? Du schiffst ja nicht. What the f***? Alter, der wollte auch echt nicht sterben, oder? Also, jetzt mal no joke. Der wollte einfach echt nicht sterben. Komm, schau und hilf uns hier mal! Ja. Spannig. So. Den wieder anheften. Bisschen Initial Damage. Vielleicht muss ich dann doch mal potten. So. Ja. Ist okay. Lass mich ran. Und dann muss ich da doch ein bisschen defensiver starten. 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 Bein Ende ist nah. Wir werden nicht nachgeben. Wir werden nicht nachgeben. Wir werden nicht nachgeben. Da hält sich schnauze. Ist das nicht mal Aimbot? Also, was heißt Aimbot? Homing Ball. Wo kommst du denn her? Wir werden nicht nachgeben. Das ist nicht mal möglich. Gerechtigkeit. Meine Kissen brauchen eine Füllung. Dein Ende ist nicht lieblich. Du bist nicht gelaufen. Du bist ein bisschen schnauze. Wenn du nicht folgen. Wo hast du das? Wenn du die Hände nicht so kleben. Dein Ende ist nah, du wirst nicht nachgeben. Alter, wie viel kommen denn da? Okay. Warte, Herr. Hört das auch mal auf? Von mir machen ja unendlich viel Damage. Du kannst mit dem Teil nicht ausweichen. Ja, komm runter. Nee, du hittest mich nicht. So. Okay. Also, das sind echt viele Gegner, die gar kommen. Dein Ende ist nah. Meine Kissen brauchen eine Füllung. Meine Kissen brauchen eine Füllung. Okay, jetzt kommen die Nächsten. Ich muss dann zwischendurch vielleicht wirklich mal, wie kann ich denn das Ding ablenken? Okay, auf B. Wir werden nichts nachgeben. Komm schon, hilf uns hier mal! Ich muss mal kurz zurück. Und jetzt bin ich wieder da. Wir werden nichts nachgeben. Für die Höhnenwache. Der Schwert fügt Ihnen der Gerechtigkeit zu. Wir werden nichts nachgeben. Alter, als ob hier noch mehr kommt. Geht, gegen die Schilddudes muss ich auf jeden Fall, äh, den großen Angriff nehmen. Den aufgeladene. Achtung! Und zerstört der hinter sich die Brücke. Hier drüben, Fremder! Haut ab, Täubchen! Haut ab, Täubchen! Meine Kissen brauchen eine Füllung. Meine Kissen brauchen eine Füllung. Haut ab, Täubchen! Geht weg! Die hätten eben ruhig ein paar mehr Sprachausgaben gehen können, oder? Jetzt können wir einfach noch mehr. Haut ab, Täubchen! Haut ab, Täubchen! Okay. Der Departrait ein bisschen länger. Was? Worauf wartest du denn noch? Hier drüben, Fremder! Soll ich züte rüber? Okay. Und so sieht's bisher ganz gut aus, ne? Hier drüben, Fremder! Na, gebt mir mal her. Ich hab mal gespannt, wie lange das jetzt noch geht. Du hast gewonnen! Na? Klare Sache! Jo, mit 20, ne? 20 im Vorraum. Uhu. Das klingt gut. Das könnte sehr gut für meinen, äh, Chaosfresser sein. Mach ich vielleicht weniger Damage, aber... Ich hab ein bisschen mehr Rüstung. Okay, dann mach ich hier aber jetzt Part Ende. Bis zum nächsten Mal.